Der Auszubildendenpreis für den besten Kopiervorgang geht an Katharina. Ich weiß gerade, was ist das Ansehen? Also in meiner Ausbildung tue ich definitiv nicht nur Kopieren. Ich bin Katharina, ich bin 17 Jahre alt und zurzeit bin ich in der Abteilung Dispo International. Seit der ersten Woche habe ich eigentlich ziemlich viel schon anvertraut bekommen. Bei Gebrüder Weiß machst du jetzt nicht nur den Kaffee, sondern seit Anfang an bist du mit integriert in der Arbeit und in den ersten zwei Wochen lernst du schon deine eigenen Kunden kennen und dementsprechend musst du dich auch betreuen. Es ist jeden Tag eine andere Challenge. Bei einem LKW kann irgendwas nicht passen, bei einer Anlieferung passt irgendwas nicht. Mit meiner Arbeit in Maria Saal weiß ich, dass ich auf der ganzen Welt war bewegt und einfach Kunden glücklich machen kann mit meiner Arbeit. Gebrüder Weiß ist ein internationales Unternehmen. Man hat sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten und man hat auch die Möglichkeit, dass man an einem anderen Standort arbeitet, was ich persönlich sehr cool finde, da ich auch voll gern reise. Seit ich sechs bin, verfolge ich den Traum LKW-Fahrer zu werden. Nicht jeder kann 40 Tonnen auf der Straße lenken. Die meisten sitzen bloß im Auto. Also mein Wunsch ist es, irgendwann in den Fernverkehr zu gehen. Europaweit, vielleicht weltweit zu fahren. Mal was anderes sehen. Nicht immer nur das Gleiche. Das Ganze ist eine sehr flache Hierarchie. Man ist per Du. Gerade bei erfahrenen Mitarbeitern hört man dann öfters auch Tipps und es ist auch sehr familiär mit den Arbeitskollegen. Also wenn man dann auch wirklich im Nachhinein hört, wie viel Arbeit man den Leuten erspart durch die Anwendungen, man freut sich dann an, schattet, dass es wirklich einen Nutzen gehabt hat. Es gibt bei Gebrüder Weiß ein freundschaftliches und familiäres Verhältnis. Also ich habe die Stelle bei GW gesehen und habe mich dann darauf beworben und das war das Beste, was mir bis jetzt im Leben passiert ist. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR